Christ ist erstanden von der Mater alle, des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie leis. Wer nicht erstanden, so wär die Welt vergangen, seit dass er erstanden ist, so lohnen wir den Vater Jesu Christ Kyrie leis. Halleluja, 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 so sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie leis. 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 Vielen Dank.